Wenn du mich liebst, dann tust du nicht, was mich traurig macht. Wenn du was machst, was mich traurig macht, dann zeigt das, du hast mich nicht lieb. Ist das wahr? Wenn du mich liebst, dann... Ja, ich meine, was heißt da 10 Lügen, die du glaubst? Was soll denn da eine Lüge sein? Wenn du mich liebst, dann ist das so, oder? Stimmt doch. Liebe muss man an Taten erkennen können, oder? Aber die Liebe, die fordert nicht, wenn du mich liebst, dann... Sondern die Liebe ist was, was gibt. Ich denke, da sind wir uns hoffentlich einigermaßen einig. Aber was dahinter steckt, ist an manchen Punkten trotzdem ein ganz falsches Denken. Weil dann kommen nämlich Sachen, ja, wenn du mich liebst, dann machst du, was mir gefällt. Dann wirst du dich so verhalten, wie ich es will. Heute hat eine Nachbarin, die auch gläubig ist, mir gesagt, Mensch, stell doch mal dein Auto anders hin. Und im Prinzip ging es dann darum, sie wollte, sag, wie eine Rakete in die Parklücke fahren können. Währendhingegen ich gesagt habe, nee, man kann auch tatsächlich das Lenkrad bedienen und sowas. Und das an Liebe festzumachen, ich meine, das war eigentlich Bequemlichkeit. Das hat sie dann schon auch zugegeben. Na gut, eigentlich ist es Bequemlichkeit. Dann machst du, was mir gefällt. Nee, nicht, wenn du mich liebst, dann machst du. Aber weißt du was, wir sind beide Geschwister, wir haben uns darauf geeinigt. Okay, ich gehe einen Schritt auf sie zu, sie geht einen Schritt auf mich zu. Und wir gucken, dass wir da eine gute Lösung finden. Wenn du mich liebst, dann tust du nicht, was mich traurig macht. Wenn du was machst, was mich traurig macht, dann zeigt das, du hast mich nicht lieb. Ist das wahr? Wird zum Beispiel ein Vater niemals was machen, was das Kind traurig macht? Das Kind will jetzt mit dem tollen Messer spielen. Und auf einmal nimmt der Papa dem Kind das Messer weg. Und er weint. Macht der Papa das aus Liebe? Oder war es gemeint, dass der Papa das Messer weggenommen hat? Wenn du mich liebst, dann sagst du nichts, wodurch ich mich verletzt fühle. Echt? Das ist was, was heutzutage auch so ein bisschen gedacht wird. Beispiele. Jesus liebt dich. Das kann auch jemand verletzen vielleicht. Keine Ahnung. Oder wie kann ich dann sagen, du musst um 22 Uhr zu Hause sein, zu einem Jugendlichen. Der will doch länger bleiben. Aber ist es dann Liebe? Und wenn ich jemand sage, zum Beispiel, Jesus liebt dich, der es gar nicht hören will. Ist es dann trotzdem Liebe? Oder das macht den vielleicht traurig, weil der ist Moslem und der will nicht das Glauben, will es nicht hören. Und trotzdem sage ich es ihm. Ist es Liebe oder ist es, was ist das? Oder bei dem Beispiel von vorhin. Du bist aber in Wahrheit doch ein Mädchen. Wenn ich das jemandem sage, der sagt, ich habe mich dagegen entschieden. Ich will jetzt mich heute als Junge identifizieren. Und wenn ich dem Junge, Mädchen, wie soll man dann sagen? Wenn ich dieser Person dann sage, du bist aber doch ein Mädchen. Ist das dann Liebe? Weil ich dieser Person die objektive Wahrheit sage. Weil man kann ja das nachtesten. Man kann da Chromosomentesten machen. Da ist ein X und ein Y. Und da ist ein X und ein X. Und dementsprechend ist es klar, es ist ein Mädchen oder es ist ein Junge. Und die seltenen genetischen Defekte, die eine Ausnahme bilden, die kann man wohl nicht zum Maßstab für Wahrheit und für Normalität erheben, sondern das Normale ist eben ein XX oder ein XY-Chromosom als 23. Paar. Wenn ich dann trotzdem sage, du bist ein Mädchen, kann das nicht dieser Person auch helfen? Vielleicht ist es nicht das Einzige, was ich sagen sollte. Aber ist es Liebe oder ist es nicht Liebe, einer Person das zu sagen? Soll ich, andersrum gesagt, soll ich eine Person anlügen? Soll ich eine Person, die ein Mädchen ist, dann auf einmal männlich anreden, auch wenn es eine objektive Lüge ist? Wir leben da in einer ganz gefährlichen Zeit, wo man für solche Sachen richtig Probleme kriegen kann. Wo man im Prinzip gezwungen wird unter Umständen und wo man zumindest geächtet wird, wenn man die Wahrheit sagt. Wo man gedrängt und gedrückt wird, eine Person anzulügen und Dinge zu sagen, die nicht der objektiven biologischen Wahrheit entsprechen. Was ist Liebe? Jetzt musst du mal wahrscheinlich erst mal Liebe definieren. Was ist denn Liebe? Weißt du, wenn du fragst, wenn du mich liebst, dann musst du mal definieren, was ist denn überhaupt Liebe? Was ist Liebe? Jemandem eine angenehme Lüge zu sagen, ist das liebevoll? Es gibt ein paar interessante Bibelstellen dazu. Das eine in Sprüche mit der Luther-Übersetzung hier, ein bisschen kernig ausgedrückt, aber ich denke, ihr wisst, worum es geht. Die Schläge eines Freundes meinen es gut, aber die Küsse des Hassers sind trügerisch. Nicht jeder, der uns Gutes tut scheinbar, meint es wirklich gut. Und andererseits, ein guter Freund, der einem manchmal richtig die Meinung sagt, ist wertvoll, oder? Oder dann auch Paulus, der an die Korinther was geschrieben hat, wo er sehr streng mit ihnen war und wo die Korinther sehr traurig drüber geworden sind, was ihnen echt nahe gegangen ist. Und dann sagt er, ja, ich bin gar nicht traurig, dass ihr traurig geworden seid, weil es gibt verschiedene Arten von Traurigkeit. Nicht, dass ihr betrübt worden seid, sondern dass ihr zur Guse betrübt worden seid. Ihr seid wieder auf den richtigen Weg gekommen dadurch. Denn ihr seid nach Gottes Sinn betrübt worden, damit ihr in keiner Weise von uns Schaden erlittet. Also es geht nicht darum, denen zu schaden, sondern es geht darum, dass sie wieder zurechtgekommen sind. Und deshalb, denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Aber hier heißt ja, dass es auch eine Betrübnis, eine Traurigkeit gibt, die Gott gefällt. Nämlich, wenn wir zum Beispiel zurechtgebracht werden. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Es gibt ein anderes Betrübnis, wo man dann in seinem Kram, in seiner Trübsal, in seiner Not, in seinem Leid hängen gelassen wird. Guck mal, wie das ganz konkret aussehen kann. Schatz, schmeckt das Essen? Wenn er lügt, obwohl es grausig schmeckt, ist das schlimm. Muss man lügen? Oder kann man sagen, zum Beispiel, Schatz, ich danke dir, dass du dich hingestellt hast und gekocht hast. Du hast dir echt viel Mühe gegeben. Vielleicht kann man noch sagen, auch ich persönlich finde, jetzt ein bisschen salzig. Mein Ding ist es nicht. Du kochst viel gut. Das ist jetzt nicht so meins. Aber ich danke dir für deine Mühe. Wie wäre denn das? Wäre das nicht liebevoll und wahrhaftig? Gibt es das nicht auch, dass man liebevoll und wahrhaftig ist? Sind wir damit am Ende? Also, wenn du mich liebst, dann, ich hoffe, dass ihr merkt, hey, nicht das, was mir gerade gefällt. Nicht, wenn mir einer nach dem Mund redet. Ist das Liebe. Sondern es kann manchmal gerade sein, dass wenn mir jemand die Meinung geigt, dass es vielleicht doppelt kostbar ist. Und es gibt Dinge, die sind Liebe, obwohl sie mir nicht angenehm sind. Und das müssen wir verstehen. Obwohl wir gerade in der Welt leben, wo es ja viel darum geht, dass ich mich wohl fühle. Wo alles nach meinem Willen geschehen soll. Beispiel. Okay. Kommt ein anderes. Das Bild zeigt dir ein Bild, was es gemalt hat und fragt, ob es schön ist. Was kann man da sagen? Kann man sagen, wow, das ist ja voll bunt. Oder man kann fragen, was zeigt denn das? Und dann, boah, magst du gerne Häuser? Oder meinst du gerne Autos? Böse Leute würden dann sagen, ja, dann lern's halt mal. Nee, das hält das vielleicht nicht. Sondern, wow. Wollen wir auch mal ein Auto gemeinsam malen? Da zeige ich dir mal, wie ich eins mal. Und dann kann man dem Kind das vielleicht noch beibringen, wenn man es noch besser beibringen will. Aber man kann auch einfach sagen, wow, das ist das Auto, so wie dir es gefällt. Stark. Oder ich freue mich, dass du malst. Du bist echt kreativ. Oder was auch immer. Da müsste man die Situation sehen. Aber ich erzähle dir mal eine wahre Geschichte. Ich denke, dass es immer einen dritten Weg gibt. Beispiel. Ganz konkretes und tatsächlich passiertes Beispiel. In der Nazi-Zeit gab es eine Familie, die hat Juden versteckt. Die hatten unter dem Küchentisch, hatten die quasi so ein Loch gemacht und dann hatten sie eine Klappe. Und wenn Gefahr war, dann konnte diese Familie, diese jüdische Familie, die sie da hatten, konnte da unter die Klappe, das konnte sie verstecken und so weiter. Und eines Tages war die SS unterwegs, hat irgendwie einen Hinweis gesteckt, kriegt oder sowas. Und die Leute haben ganz schnell diese jüdische Familie unter den Tisch, in diese Klappe reingemacht, Klappe zu, Teppich drüber, Tisch drauf. Und dann kamen diese Nazis rein, diese SS-Offiziere rein und haben gesagt, verstecken Sie Juden! Was macht man jetzt? Soll man die anlügen und soll sagen, nein, dann hat man die Juden gerettet, man hat aber gelogen. Aber das ist das kleinere Übel. Wenn ich jetzt lüge, dann sage, nee, mir verstecken keine Juden, dann hat man die Familie gerettet. Und wenn ich sage, ja, ich bin ehrlich, ja, dann habe ich diese jüdische Familie an den Tod ausgeliefert. Was ist passiert? Das Mädchen der Familie hat geistesgegenwärtig reagiert und hat gesagt, ja, die verstecken wir unter dem Küchentisch. Die SS-Offiziere haben gelacht und sind rausgegangen. Das Mädchen hat vollkommen die Wahrheit gesagt. Die haben natürlich gedacht, das ist so ein Quatsch, natürlich nicht unter dem Küchentisch. Also das ist so ein Beispiel, wo ich denke, es gibt einen dritten Weg. Das ist so ein Keitel. Das ist so ein Keitel. Das ist so ein Keitel. Vielen Dank.